Hat mein Kind Keuchhusten? Schwer zu sagen. Kinder sind ja immer mal krank und haben Husten. Doch während eine banale Erkältung meist kein Problem und schnell vorüber ist, kann Keuchhusten bei kleinen Kindern und Babys richtig gefährlich sein. Wichtig also den Keuchhusten zu erkennen. Und ich erkläre Ihnen warum, was zu tun ist und wie man sich vor dem Keuchhusten schützen kann. Ich bin Thomas Bartling, Ihr Erklär-Doktor hier bei Nettdoktor. Keuchhusten, auf schlau auch Pertussis genannt, ist eine Infektionskrankheit, die über Tröpfchen in der Atemluft übertragen wird. Ganz selten ist sie nicht. Säuglinge bekommen sie mit etwa 50 Erkrankungen pro 100.000 Kinder besonders häufig und bis zum Ende der Pubertät erkranken dann nochmal rund 30 pro 100.000. Das sind immer noch doppelt so viele Fälle wie im Erwachsenenalter. Kinder mit Keuchhusten fallen auf durch krampfartige Hustenanfälle und Luftnot. Da Keuchhusten hoch ansteckend ist und vor allem bei kleinen Kindern und Säuglingen gefährliche Komplikationen hervorrufen kann, ist es wichtig, dass sie diese Erkrankung frühzeitig erkennen. Ja und woran? Wie verläuft Keuchhusten typischerweise? Klassisch verläuft die Erkrankung in drei Phasen. Im ersten Stadium versteckt sich der Keuchhusten unter dem Deckmantel einer Erkältung, so dass etwa ein bis zwei Wochen nach der Krankheitsübertragung zunächst so unklare Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen auftreten. Im weiteren Verlauf kommt es jedoch zu diesen markanten krampfartigen Hustenanfällen mit Atemnot oder Atemaussetzern, die vor allem nachts auftreten. Diese zweite Phase der Erkrankung dauert meist vier bis sechs Wochen. Erkrankte Kinder strecken beim Husten typischerweise die Zunge weit heraus. Nach den langanhaltenden Keuchhustenanfällen kann es zum Auswürgen von klarem Schleim oder Erbrechen kommen. Durch den hohen Druck, der während des Hustenanfalls in den Blutgefäßen entsteht, können Blutungen unter der Bindehaut der Augen sowie Nasenbluten und Einblutungen in die Haut auftreten. Die nachfolgende dritte Phase stellt die Regeneration dar und dauert typischerweise sechs bis zehn Wochen. Die Hustenattacken des Kindes werden während dieser Phase immer seltener. Wie kann ich Keuchhusten von einer Bronchitis unterscheiden? Da die Keuchhustensymptome zunächst unspezifisch sind, können die Beschwerden leicht mit einer Erkältung oder einer Bronchitis verwechselt werden. Den Unterschied macht die Art des Hustens. Beim Keuchhusten sind es krampfartige, in Serie auftretende Hustenanfälle. Husten bei einer Bronchitis ist anfangs trockener, nächtlicher Husten. Im Verlauf der Erkrankung hustet das Kind zwar auch Schleim ab, jedoch kommt es nicht zum Erbrechen. Eine Bronchitis geht außerdem oft mit einer Erhöhung der Körpertemperatur einher, die bei einem Keuchhusten nur sehr selten auftritt und weniger hoch ist. Ein Alarmsignal stellen die Atemaussetzer nach Hustenanfällen dar. Diese entlarven den Husten oft als Keuchhusten. Warum ist es so wichtig, Keuchhusten beim Kind rechtzeitig zu erkennen? Das lässt sich schnell beantworten. Einerseits, weil Keuchhusten zu Folgeerkrankungen führen kann, vor allem aber auch, weil die krampfartigen Hustenanfälle für die Kinder sehr schmerzhaft und kräftezehrend sind. Bei Säuglingen bleibt die Erkrankung besonders häufig unerkannt, da die Anfälle meist nicht so stark auftreten. Auffälliger und gefährlicher sind bei den Kleinen die lebensbedrohlichen Atemaussetzer, auch Apnoe genannt, die mehrere Sekunden andauern können. In diesem Stadium ist eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus ratsam. Das wird auch empfohlen, um Komplikationen vorzubeugen. Jedes fünfte im Krankenhaus wegen Keuchhusten behandelte Kind entwickelt eine Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung und zwei bis vier von 100 Betroffenen erleiden epileptische Anfälle. Ein frühzeitiges Erkennen des Keuchhustens ist auch wichtig, um die hohe Ansteckungsgefahr der Erkrankung in Schach zu halten. Und wie läuft die Behandlung von Keuchhusten ab? Auslöser des Keuchhustens ist ein Bakterium. Da müssen doch Antibiotika helfen. Jein! Eine Behandlung mit einem Antibiotikum kann nur dann die Dauer und Heftigkeit der Keuchhustenanfälle beeinflussen, wenn sie in den ersten ein bis zwei Wochen nach Beginn des Hustens begonnen wird. Danach sorgen nicht mehr die Bakterien selbst für die Krankheitszeichen, sondern die Stoffe, die sie produzieren, sogenannte Toxine. Zu diesem Zeitpunkt kann ein Antibiotikum daher die Krankheit nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes im Keim ersticken. Allerdings kann es im späteren Verlauf der Erkrankung die Ansteckungsgefahr deutlich verringern. Kriegt man also die Ursache, die Bakterien namens Bordetella pertussis, nicht früh durch ein Antibiotikum abgetötet, bleibt uns nur, die nervigen Krankheitszeichen zu lindern, zum Beispiel den Husten mit der Inhalation Bronchien erweiternder Medikamente. Um die Genesung zu unterstützen, ist es außerdem wichtig, dass die Kinder genug trinken. Bei ausgeprägten Keuchhustenanfällen sollten wegen der Gefahr des Erbrechens kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt verabreicht werden. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist zur Überwachung der Atemaussetzer die Aufnahme in ein Krankenhaus zu empfehlen. Wie kann ich mein Kind vor Keuchhusten schützen? Keuchhusten gehört zu den für Säuglingen und Kleinkinder prinzipiell lebensbedrohlichen Erkrankungen. Daher empfiehlt die STIKO, die Ständige Impfkommission, eine Impfung für alle gesunden Säuglinge. Die Impfung erfolgt zusammen mit anderen Impfungen ab dem Alter von zwei Monaten und muss im Laufe des Lebens mehrfach aufgefrischt werden. Um Säuglinge bereits vor dem ersten Impftermin zu schützen, empfiehlt die STIKO übrigens auch die Impfung von Schwangeren. So werden ihre Kinder, bis sie selbst geimpft werden, von den Antikörpern der Mutter geschützt. Diese produziert die werdende Mutter nach der Impfung und gibt sie an ihr Kind über das Blut weiter. Um sich als Eltern selbst vor Ansteckung zu schützen, sollten sie den Kontakt zu erkrankten Kindern meiden, bis fünf Tage nach Beginn der Antibiotikumbehandlung. Denn erst ab diesem Zeitpunkt geht man davon aus, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr kann auch eine vorbeugende Antibiotikumbehandlung der Eltern von erkrankten Kindern sinnvoll sein. Und ihren eigenen Impfstatus sollten sie als Eltern natürlich auch kennen und gegebenenfalls auffrischen. Jetzt hoffe ich, dass sie zukünftig Keuchhusten erkennen, wenn sie ihn sehen und wünsche ihnen, dass sie ihn trotzdem nicht sehen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.